Norwegen. Norwegen versorgt sich ja zu über 95% aus Wasserkraft. Und in Deutschland, da wächst immer weiter die Windenergie. Die Windenergie muss aber direkt verbraucht werden, wenn sie entsteht. Haben wir Windenergie, aber gerade keinen Bedarf, schalten wir Windkraftwerke ab. Da es uns aktuell noch an Speichern fehlt. Was ist denn aber ein besserer Speicher als Wasser? Wasser lässt sich super speichern und da stellt sich doch die Frage, ob man hier nicht voneinander profitieren kann. Und in diesem Zusammenhang hat man in Europa ein Projekt gestartet namens Nordlink. Und was Nordlink ist, das erklärt mal Matthias Fischer von Tenet. Also Nordlink ist ein großes Stromkabel zwischen Deutschland und Norwegen, das zum ersten Mal Deutschland und Norwegen direkt verbindet. Und es dient dem Austausch von norwegischer Wasserkraft mit deutscher Windenergie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein Name ist Matthias Fischer und ich bin Pressesprecher bei Tenet. Guten Tag, Herr Fischer. Wer oder was ist denn Tenet? Tenet ist ein Übertragungsnetzbetreiber. Das heißt, wir kümmern uns um den Netzausbau, um die Offshore-Netzanschlüsse im Höchstspannungsbereich. Und wir sind zudem Partner in dem Konsortium von Nordlink. Das besteht aus dem norwegischen Übertragungsnetzbetreiber Statnet auf der norwegischen Seite und aus Tenet und der KfW auf der deutschen Seite. Nordlink, was genau kann man sich darunter vorstellen? Ja, wir nennen ja Nordlink auch das grüne Kabel. Und das grüne Kabel eben, weil es dem Austausch norwegischer Wasserkraft und deutscher Windkraft dient. Und das hat von Anfang an, haben die Menschen das sehr gut aufgenommen und sehr gut verstanden als ein ganz wichtiges Instrument der Energiewende. Und von Anfang an wurde Nordlink immer sehr positiv gesehen. Wir haben ja bei vielen Infrastrukturprojekten auch in Deutschland Widerstände und große Fragezeichen, ist das notwendig, brauchen wir das? Aber das ist bei Nordlink gar nicht der Fall gewesen. Von Anfang an haben da die Menschen die Daumen oben gehabt. Aber warum genau zieht man da jetzt ein Kabel von Norwegen nach Deutschland? Das ist auf dem Weg, einen nordwesteuropäischen Strommarkt abzusichern und Versorgungssicherheit herzustellen. Also das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben mit Nordlink ja immer die beiden großen und wichtigen Themen, die wir haben. Eben die Versorgungssicherheit, die wir auf jeden Fall berücksichtigen wollen. Das heißt eben, dass sobald wir in Deutschland Strombedarf haben, sei es, weil es eine Flaute ist, sei es, weil wir wenig Sonnenenergie produzieren können, wir hier aus Wasserkraft gewonnene Energie aus Norwegen importieren können und somit etwas haben, was man früher Grundlastfähigkeit genannt hat. Das heißt, wir können immer auf die Ressource zurückgreifen, immer auf diese Energie, erneuerbare Energie zurückgreifen, weil sie eben auch in Norwegen so gut wie immer verfügbar ist. Können Sie noch etwas genauer beschreiben, wie diese Versorgungssicherheit aussieht, wie das funktioniert? Ja, also das ist so, dass man auf der norwegischen Seite ja sehr viele Wasserkraftwerke hat. Norwegen versorgt sich zu über 95 Prozent aus Wasserkraft und in Deutschland wächst ja immer mehr die Windenergie. Windenergie, Offshore-Windenergie. Und so hat man gesagt, wir wollen eine Kabelverbindung, einen Interconnector bauen, der in diesem Zusammenspiel der Energiewende idealerweise eben zwei Ressourcen aus erneuerbaren Energien verbindet. Das heißt immer, wenn wir Flaute haben in Deutschland, dann können wir aus Norwegen Wasserkraft importieren über dieses Kabel. Und umgekehrt, wenn es in Norwegen besonders hohen Strombedarf gibt, zum Beispiel in den Wintermonaten, in der Dunkelzeit dort oder auch wenn es mal trockene Perioden gibt, dann kann Norwegen deutsche Windkraft importieren und das Wasser kann dann sozusagen in den Speichern in Norwegen verbleiben und zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden. Das Ganze passiert so, dass man die Wasserkraft, die in Norwegen gewonnen wird, die zunächst ja als Drehstrom produziert wird, dann in einer Konverteranlage in Südnorwegen, in Tonstadt, umwandelt in Gleichstrom. Und dieser Gleichstrom wird dann über die lange Strecke von 623 Kilometern bis nach Deutschland in Schleswig-Holstein in Wilster transportiert und dort wiederum in einer Konverteranlage umgewandelt in Drehstrom und dann an das deutsche Netz eingebracht oder eben umgekehrt. Genauso deutsche Windenergie, die als Drehstrom produziert wird, wird in Wilster im Konverter in Gleichstrom umgewandelt, über die 623 Kilometer bis in die Konverteranlage in Norwegen transportiert, dort in Drehstrom umgewandelt und wieder in das norwegische Netz eingespeist. Warum nutzen wir Gleichstrom hier? Gleichstrom wird immer dann eingesetzt, wenn es gilt, besonders lange Strecken zu überwinden. Denn mit Gleichstrom kann man die Energie sehr, sehr verlustarm transportieren. Würden wir das Ganze im Drehstrom machen, so wie das deutsche Bestandsnetz, das deutsche Übertragungsnetz ja aufgebaut ist und überhaupt in ganz Europa die Netze in Drehstrom aufgebaut sind, dann wären die Verluste über lange Strecken viel zu hoch. Es würde eigentlich nichts mehr ankommen über diese lange Distanz. Deswegen die Umwandlung, auch wenn man dafür eben zusätzliche Kosten hat, um diese Konverter, zu errichten und zu betreiben. Es ist aber unterm Strich wesentlich energieeffizienter und auch kostengünstiger, auf die lange Sicht es so zu machen. Okay, das klingt ja schon ordentlich nach Zukunftsmusik. Wann genau geht es denn damit los? Wir haben jetzt zur Zeit die Systemtests, die laufen. Das heißt, wir testen das gesamte System durch. Die Erdkabel, die Freileitung, die Seekabel, alles ist verlegt. Die Konverteranlagen stehen. Und jetzt wird eben ausprobiert, wie verhält sich das System. Es wird auf Herz und Nieren geprüft. Und wenn diese Tests erfolgreich durchlaufen sind, dann wird der Probebetrieb im Dezember 2020 starten. Und dann sind es nochmal mehrere Monate, wo das dann schon richtig unter Last geht und in Markt sich befindet. Norwegen, Nordlink ist ja auch ein Interconnector, bei dem der Strommarkt die entscheidende Rolle spielt. Kann ich gleich nochmal näher erklären. Aber dieser Probebetrieb, wenn der dann erfolgreich abgeschlossen ist, der nochmal mehrere Monate dauert, dann haben wir im Frühjahr 2021 die offizielle Fertigstellung. Ganz plakativ gesagt, handelt es sich ja dabei um ein Verlängerungskabel. Wozu genau gibt es da jetzt diese Tests? Ja, das wird stufenweise hochgefahren. Es ist tatsächlich so, dass wir bei Nordlink in der Testphase zunächst einmal schauen, was passiert mit kleinen Strommengen. Was passiert eben, wie lange brauchen wir, um umzuschalten, wenn der Stromfluss, die Stromflussrichtung verändert werden muss. Was passiert unter Volllast? Was passiert auch? Wir müssen ja auch mal Havarie-Szenarien durchspielen. Was passiert, wenn abrupt abgeschaltet wird? Also das ist wirklich ein Belastungstest und dann, das ist jetzt die wirkliche Systemtestphase, die jetzt beginnt. Und dann im Probebetrieb, da werden wir dann uns schon, weil wir uns dann schon im Markt befinden, entsprechend so viel Energie übertragen in die jeweilige Richtung, wie der Markt eingekauft hat. Also das kann dann auch schon ab Dezember durchaus in Volllast laufen. Und wonach bestimmt sich, von wo nach wo der Strom dann am Ende fließt? Man muss einfach wissen, dass die gesamte Energieproduktion und Energieaustausch ja immer dem Markt unterliegt. Das heißt, der Markt kauft ein und man kann davon ausgehen, das ist zumindest unser Marktdesign, bevor wir jetzt ja wirklich in den Markt damit eintreten, dass Nordlink, dass über Nordlink immer derjenige Strom exportiert, der gerade den günstigeren Preis anbieten kann. Also wenn die Wasserkraft gerade in Norwegen zu sehr günstigen Preisen produziert werden kann, dann gehen wir davon aus, dass Deutschland importieren wird. Umgekehrt haben wir vielleicht einen Windstromüberschuss in Deutschland, sodass die Energie besonders günstig ist. Dann werden die Norweger importieren. Also es ist nicht nur eine rein technische Frage, wo ist gerade wenig Wasser oder wenig Windkraft verfügbar, sondern es geht ganz stark und entscheidend darum, wie der Markt einkauft. So viel Aufwand lohnt sich das Ganze denn überhaupt? Wie groß sind die Kapazitäten der Anlage? Ja, die Kapazität von Nordlink beträgt 1400 Megawatt. Im Vergleich kann man sagen, das ist so viel wie ein sehr großes oder fast anderthalb konventionelle Kraftwerke, die wir mit Nordlink ersetzen können. Und in Haushalte umgerechnet kann man sagen, dass 3,6 Millionen deutsche Stromhaushalte hiermit versorgt werden können. Ist hier ein weiterer Ausbau geplant, um noch mehr Haushalte versorgen zu können? Also wir werden immer mehr Verbindungen, also sogenannte Interkonnektoren zu unseren europäischen Partnern haben. Und wir werden im Rahmen der europäischen Energiewende es erleben, dass in ganz Europa die Netze zusammenwachsen. Dass es grenzüberschreitend passiert. Das ist auch notwendig, um den Austausch der Erneuerbaren zwischen den europäischen Ländern abzusichern. Sicherlich haben nicht alle jetzt, so wie wir, schon so große Anteile an Erneuerbaren in ihren Energieproduktionen in Europa. Aber der Weg geht ja dahin. Und wir können jetzt nicht endlos viele Kabel nach Norwegen bauen. Es gibt bereits eins zwischen den Niederlanden und Norwegen und zwischen Großbritannien und Norwegen. Und da wird auch noch ein weiteres gebaut in Richtung Schottland. Die Norweger müssen ja auch gucken. Sie können zwar viel exportieren, aber sie brauchen ja auch ihre Eigenversorgung. Manchmal wurde schon gesagt, kann Norwegen nicht der Batteriespeicher Europas sein. Das wäre dann doch eine Überforderung. Aber so bauen wir zum Beispiel auch in diesem Jahr noch eine Verbindung oder haben jetzt fertig auch eine Verbindung nach Dänemark. Die sogenannte Mittelachse über Schleswig-Holstein, die auch jetzt zurzeit sich schon im Probebetrieb befindet und Ende Oktober dann offiziell fertiggestellt ist. Viele andere Verbindungen haben wir in die Niederlande, nach Österreich, nach Polen. Und so haben die anderen Länder auch ihre Verbindung. Wenn sich jetzt aber so viele Länder auf einmal an Norwegens Reserven bedienen, geht dann in Norwegen plötzlich das Licht aus? Also so extrem wird es nicht sein. Die Norweger planen da auch sehr sorgsam und sie sind ja auch sehr interessiert, über Wasserkraft Geld einzunehmen. Und wir wissen, dass die Norweger ja über Jahrzehnte sehr stark von ihren Öl- und Gasvorkommen in der Nordsee gelebt haben, in der jüngeren Vergangenheit. Aber das verändert sich ja. Wir wollen ja CO2-neutral werden und da hat Norwegen einfach einen Riesenvorsprung, weil sie schon ihr eigenes Land so stark mit Wasserkraft versorgen. Und sie werden das auch stabil halten und ausbauen. Jedenfalls mit den Ländern, mit denen sie dann diese Beziehung unterhalten. Da gibt es ja auch Abkommen, die entsprechende Sicherheiten garantieren. Sie haben vorhin das Thema Versorgungssicherheit angesprochen. Kann Nordlink auch bei den allselbstbefürchteten Dunkelflauten helfen? Auf jeden Fall. Dann ist auf jeden Fall Nordlink eine sehr wichtige Verbindung, wenn es tatsächlich zu einer Dunkelflaute kommt. Und dann kann man über Nordlink schon sehr viel kompensieren. Und der Gedanke bei Nordlink ist ja auch nicht nur Dunkelflauten mit abzumindern, aber das wäre natürlich dann am Extremfall auch eine sehr hilfreiche Energiequelle. Der weitere Gedanke ist ja, dass dann Nordlink auch mit Südlink in Deutschland verbunden wird. Das Südlink-Kabel ist ja eine Stromautobahn innerhalb Deutschlands, die Windenergie vom Norden in den Süden transportieren wird nach Bayern und Baden-Württemberg. Und Südlink hat eben die Kapazität von 2 Gigawatt, also 2000 Megawatt. Und eben noch eine größere Kapazität als Nordlink, sodass eben aus dem Norden Windkraft aufgenommen werden kann. Und auch noch Nordlink in voller Stärke, wenn denn in Süddeutschland so ein großer Strombedarf dann ist. Jetzt muss man aber einfach auch nochmal fragen, wie wird das Ganze denn finanziert? Nordlink ist eine Investition, die jetzt diese Partner Tenet und die KfW auf deutscher Seite und Statnet auf der norwegischen Seite tätigen. Und das wird natürlich refinanziert über die Erlöse, die über Nordlink generiert werden. Die sind aber reguliert. Also das kann nicht nach oben durch die Decke gehen, sondern die Bundesnetzagentur achtet darauf, wie viel Erlös da ist. Und aus diesem Erlös und den Überschüssen, die dabei entstehen, also alles, was nach Kostendeckung und Refinanzierung übrig bleibt, die werden wieder investiert in das Netz und sowohl in das Netz in Deutschland als auch in Norwegen. Das heißt, so ein Interconnector ist immer auch eine sozioökonomische oder eine volkswirtschaftlich wichtige Investition, weil eben aus diesen Geldern, die da als Überschuss entstehen, wieder in das Netz investiert wird. Das ist also auch zweckgebunden. Insofern ist es eine Sache, die die Gesellschaft absolut unterstützt. Also die zum Wohle der Gesellschaften in Norwegen und Deutschland ist. Okay, vielen Dank, Herr Fischer, für dieses aufschlussreiche Interview. Und ich hoffe, ihr fandet es auch interessant, mal etwas über Nordlink zu erfahren und was da sonst noch so im Bereich erneuerbare Energien gerade auf uns zukommt. Und dass es eben nicht einfach nur heißt PV und Wind und wenn kein Wind und keine Sonne, dann geht bei uns allen das Licht aus, sondern da machen sich ganz kluge Köpfe große Gedanken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.